flex tv alter hat ja bereits paar geile pranks gemacht in vergangenheit und das gucken wir uns jetzt an was waren die peinlichsten anmachsprüche im gym dreiste umfrage am fittix berlin ich bin sehr sehr gespannt freunde let's go fast alle gym leute sind geil finde ich also du stehst auch auf männer die muskulatur haben und einfach was geht aber natürlich meine flexer willkommen diesen neuen können wir gleich nochmal er hat auch voll gelacht er wusste ganz genau er hat das gerade gefickt was geht ab meine flexer willkommen diesem youtube video heute mal wieder auf den straßen berlins unterwegs ich habe mich gefragt sind die berliner sportler fitnessgänger wie auch immer wirklich so forsch und machen anmachsprüche im gym und wenn ja rül noch nicht aber urs kenne ich schon bevor er profi geworden ist dann habe ich damals kennengelernt bei seinem profi debüt auch ob sie denn ist james zum ersten mal vorher mal geschrieben mit urs schreibe ich ab und an natürlich jetzt ein bisschen weniger er hat ja viel um die ohren content mit urs gemeinsam wer weiß vielleicht nach der o mal gucken wäre natürlich cool mit marcus rül noch nichts außer unser gemeinsames training damals noch nichts ja welche sind es deswegen fragen wir was waren anmachsprüche die ihr im gym benutzt haben wir fragen gerade so die leute wurdest du schon mal im fitnessstudio angesprochen von einer frau und wenn ja mit welcher art und weise hat sie es getan wurdest du mit einem anmachspruch angesprochen oder habt ihr schon mal eine im gym geklärt freunde ist jemand im chat aber hat es dazu wie viele sätze machte noch dass du die frau kennengelernt hast wurdest du schon mal im fitnessstudio angemacht ja wie fandest du das aber nur weil es der falsche war oder würdest du auch von einem gut aussehenden typen der vielleicht ein typ wäre wäre es besser gewesen also gym allgemein kein guter ort um frauen anzusprechen was los mit der hat die gar keinen bock auf menschen nicht mal irgendwelche situation wo du sagst er hätte doch voll gut gepasst sagt bitte noch mal nicht unbedingt was gehabt irgendwie hat am gleichen gerät trainiert man sich gut verstanden und dann dann ja ja schon aber ich weiß nicht ich glaube die frauen sollten eher die männer ansprechen hast du schon mal die frauen sollten eher die männer ansprechen ist hals 0 0 danke dir für zwei monatigen support angesprochen im gym oder versucht jemanden kennst du den im gym das schon aber mit welchem anmachspruch noch nie also versucht schon so aber hat nicht geklappt was hat nicht geklappt nie denn in die tat umgesetzt ok wolltest aber es hat nicht geklappt glaube ich irgendwie nicht habe ich schon mal eine frau angesprochen habe im gym tatsächlich glaube ich im gym nicht auch fabi hör auf du lügner mensch direkt aber ich habe immer dieses phänomen dass die frauen mir dann bei instagram folgen nachdem ich irgendwie im gym war und danach kommt man irgendwie ins gespräch und dann irgendwie ein zwei tage später kommt man ins gespräch beim training und aber dann nicht mit einem anmachspruch sondern einfach nur auf das gespräch basieren was man geführt hat bei instagram hast du schon mal einen mann angesprochen im gym ja wie macht man wie macht man das dann also quasi mit einem anmachspruch was los mit der dies voll strange die frau ich bin hingegangen meinte so ja könntest mir helfen also so spotten und so wurdest du schon mal im fitnessstudio mit einem blöden anmachspruch angesprochen nein tatsächlich noch gar nicht habt ihr schon mal eine frau im gym angesprochen nein der trash auf keinen fall der kollege da auch nicht okay dann viel spaß im gym ja oder das mein gym geil ich habe eine ganz kurze frage an dich okay so i speak english with you do you have sometimes people there come to you like talking flirting with you why you are the train in the train alter im zug der hat noch behinderteres englisch drauf als ich hatte in der flirting with you why you are the train no way you are train farby falls das dies ich schwöße ich habe eine gran canaria vlog umfrage gemacht wenn du das siehst mein englisch ist katastrophe really where are you from portugal and there are people are flirting with it's more often yeah because the german girls are like oh no i don't want to the gym because the man are staring at me and talking to me flirting and i don't feel like that no wurdest du schon mal im gym von einem mann angesprochen mit einem blöden anmachspruch ich habe noch nie so eine aussprache gehört wie bei ihr ganz ganz kurz und ich habe noch nie so eine komisch digga ja und ich war mit meinem deadlift sie waren mit ihrem deadlift und dann ja und dann ich habe deadlift ich habe deadlift verstanden so 90 oder 90 kilogramm oder sowas gemacht echt so stark ja und dann er hat einfach onkel mirek grüß dich mein lieber guten morgen hinter mir gesagt dass du bist so schwach guck mal guck mal ich kann besser ich gern so 100 okay das ist also so würde ich eine frau niemals an baggern ja sagen dass sie schwach ist und dann zeigen dass ich mehr power das ist nein das macht man nicht ja das ist cringe und er wollte dich aber eigentlich kennenlernen und ja und dann er hat er hat gefragt kann ich deine nummer haben weil du bist ein bisschen schwach aber ich kann dir ein bisschen testo verkaufen ich habe eine frage nur kurze story bei mir als ich im fitness trainiert habe hatten wir eine eine dame im gym eine elf von zehn okay wirklich eine elf von zehn ein körper körper wie gemalt gesicht hübsch haare hübsch trainiert brutal okay nein 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 keine wiebke man beim fittix so eine elf von zehn sie war wirklich wunderschön nein brünett aus griechenland okay arsch körper alles top so ich habe sie niemals angebaggert niemals angemacht onkel mirek du weißt genau von wem ich rede es ist schon ein paar jahre her aber vorhin jetzt kommt das komische egal wo ich war ich habe mädels im gym nie angemacht finde ich ist einfach ein blöder ort ich bin da um zu trainieren entschuldigung so egal wo ich am trainieren war ich will zum nächsten gerät gehen sie war zufällig auch dort so aber sie war nicht dort weil sie dahin gehen wollte wo ich sie ist ja als sie hat als erstes das gerät gewechselt und ich musste dann wieder in ihre nähe kommen und irgendwann die hat mir blicke zugeworfen die hat sich so abgefuckt die dachte ich verfolge die obwohl das gar nicht meine absicht war die hat mich angeguckt ihr blick als ob die mich umbringen wollte komplett das war wirklich so unangenehm das war so unangenehm ich wollte gar nichts von ich wollte nicht anbaggern nicht an aber nichts ich musste einfach da trainieren wo zufällig die auch trainiert hat und das war echt und die war echt sechs ja schade hätte mich vielleicht ich hätte vielleicht war der blick nicht so gemeint wer weiß wer weiß vielleicht hätte ich jetzt hier eine paulina am start und wäre nicht alleine warum hast du nicht böse zurückgucken und dann soll ich böse zurückgucken dann sagen was guckst du so was wirst du und komm eins gegen eins niemals mann wer weiß die war echt es war eine 10 von 11 10 von 11 11 von 10 ja schade am ende schlägerei boxt ihr euch so im gym so weiter geht's komm ich lauwe auf onkel jatze grüß dich ich begleite dich als ein nein komm ich will nur wissen ob du schon mal angesprochen wurdest im gym von einem mann mit einem blöden anmarspruch ne eigentlich nicht nein weißt du den anmarspruch noch ja aber das ist wirklich so dieses so das typische bist du grad vom himmel gefallen oder so das ist so der klassische Sache aber das ist ziemlich peinlich wie fandest du das fandest du anders findest du es alle drei onkel sind im chat freunde geil onkel smash ist es in ordnung wenn dein mann dich zum beispiel attraktiv findet und dich im gym ansprechen würde ja durchaus also es kommt halt immer auf die art wie man es macht also wenn man es auf eine nette höfliche variante macht aber wenn es dann so ein bisschen respektlos wird das ist dann nicht so schön also von daher grundsätzlich beinneid ich meine jeder der sich traut kostet ja auch ein bisschen Mut ist ja nicht schlecht was wäre denn freunde ein anständiger anmachspruch im smash im gym so wo man sagt jetzt wirklich kein cringe ansprach anmachspruch sondern wirklich einer wo man denkt okay da könnte man weit landen ist dabei würdest du denn einen mann ansprechen im gym nein also ich gehe da jetzt nicht um typen anzusprechen ok und würdest du kannst du mal die stange halten ja finde ich auch das ist doch mal ein stabiler hast du nach dem training noch was vor sehr einfallsreich wie viele sätze hast du noch finde ich top kommt mädels nur die mädels jetzt im chat wir haben hier bestimmt zwei drei mädels von den 300 zuschauern und die mädels sollen jetzt mal reinschreiben was ist denn ein stabiler anmachspruch der nicht penetrant ist der nicht schlimm ist aber gut finden wenn zum beispiel einer der die gefällt dich im gym anspricht oder sagst du gym ist so ich will da mein training machen und lass mich in ruhe ich hab das kommt drauf an auf was denn? ich weiß noch nicht ich weiß nicht ich bin grad ein bisschen überfordert ok willst du eine frage beantworten? du siehst voll sympathisch aus youtube ich mein komm es ist nichts schlimmes wirklich nicht komm dann hörst du dir erstmal an und dann entscheidest du nochmal ok pass auf die frage ist wurdest du schon mal von einem mann angesprochen im gym? ja fandest du das gut? nein warum? weil es unnötig war ich sag immer wenigstens einer von uns trainiert beine kata sagt erstmal freundlich grüßen man kommt automatisch irgendwann ins gespräch ok du hast schönes haar darf ich dich mal bürsten für dich würde ich sogar cardio machen wie rülps hahaha geil mit du mit protein check in der hand aber wie gesagt wenn es passt dann einfach so eine frage wie hey würdest du was essen gehen wollen oder gibst du mir dein instagram oder irgendwas ja das ist ok ok cool würdest du schupp... willst du einen schluck von meiner abelschorle? der war gut zitrullin schwach war danke dir fürs prime abo ey willst du ein schluck von meiner abelschorle hat bis jetzt gewonnen der hat bis jetzt gewonnen siehst aus wie belle sind ich du mal von einem mann im gym angesprochen äh ich lauf weiter geh weiter alter warum gibts so unsympathische menschen beantworte doch einfach die frage mit deinem handy in der hand ok 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 danke die hat gerade mit ihrem mann telefoniert oder die feute telefoniert und wollte einfach keine auskunft geben aber falls du das siehst freund die reaktion sagt alles ja aber kann sie auch nichts dafür wenn sie angesprochen wird ne guck euch das mal an und so so crunchy und smooth und falls es ja nicht reichen sollte hab ich ihn noch im zweiten wenn ihr welche wollt auf ESN gibt es alle geschmackssorten könnt ihr mit meinem code flex immer mindestens 10% sparen aber ihr bekommt immer den bestmöglichen deal ok so äh hi darf ich dir eine frage so äh dann ist ihm eingefallen dass er doch nicht so gut englisch kann und zwar wir fragen heute Frauen ob sie schon Erfahrungen gemacht haben negative Erfahrungen mit so Anmachsprüchen von Männern im Gym ich tatsächlich noch nicht also so ein ganz normales so hey du gefällst mir hättest du Lust später mal einen Kaffee trinken nur einfach das ganze das Video geht seit 7 Minuten und fast gar keine wurde angesprochen vernünftig im Gym zu gehen oder irgendwas wäre in Ordnung aber sowas wie hey bist du vom Himmel gefallen oder irgendwas ist so absolut so was geht gar nicht ok ich hab eine Frage für dich ähm do you got sometimes like men are staring at you or wanna flirt with you while you at the gym yeah quite often it's quite irritating because they go with the main purpose to work out but the people are going there with different purposes also wie viele Frauen auch will sie ihre Ruhe haben ey wisst ihr was ein kranker Prank wäre mit versteckte Kamera im Gym wirklich die Weiber anbaggern das würde Bock machen alter ich hätte voll Bock da drauf straight zu einer hingehen mit versteckte Kamera und einfach wild drauf los smashen abschleppen ihr wisst smashen heißt auch unter anderem abschleppen ne nicht flach legen auch mal abschleppen einfach hingehen und einfach komische behinderte Sprüche raushauen vielleicht würde eine ja zusagen das wäre doch mal lustig ich sag immer hey du hast ein echt schönes Gesicht für dein Gewicht irgendwie stehen die Weiber nicht drauf ja Bruder das glaub ich dir Bagger die Wiebkan Freunde ich stehe nicht auf Bikini Athletinnen immer noch das ist mir zu dörr hm schwieriges Thema weil ich weiß auch von Frauen dass sie immer sagen oh Männer trauen sich nicht Männer freisprechen uns nicht an dann trauen sich mal Männer und dann ist es so oh ich will ihnen mein Training machen ja okay wo sollen wir dich sonst ansprechen Bo würdest du aber grundsätzlich sagen dass du Interesse hättest auch einen Mann der dich im Gym anspricht kennenzulernen oder sagst du so Jim ah lieber nicht ja doch nein nicht aufs heavyweight aber bitte nicht auf skinny das ist ein Unterschied einfach auf normale Frauen guck mal bitte wie geil sie doch sagt ja doch ja einfach goofy Interesse hättest auch einen Mann der dich im Gym anspricht kennenzulernen oder sagst du so Jim ah lieber nicht ja doch ج cave c бог ja jah ja so geil so geil jah ja jah jah so geil bisschen ey nix gegen sie sie ist süß man sie ist sehr süß sie redet nur sehr lustig man du steu ei uncsell mir k ich habe gerade ne geile Story aus dem gym erzählt wo wir früher in Fittix Langerfeld trainiert haben, da war eine hübsche Elf von Zehn, ja, schade, hast du verpasst, leider, naja, ich wollte keinen Namen nennen. Du liest auch auf Männer, die Muskulatur haben und einfach, okay, cool, also wäre eigentlich auch so ein Gym-Mann auch quasi was für dich, dass du sagst, okay, wir können zusammen zu Training gehen und Co. Ey, Freunde, das war nicht böse gemeint, ihr ging, aber ich finde dieses Dorf fand ich einfach nur lustig, sie ist eine Süße, sie ist eine Süße, ein süßes Mädel. Ja, finde ich auch, ja, ich kann so nach einem, so einen random Person und dann fragen einfach, äh, wirst du mit? Bruder, wir hatten einen Spitznamen für sie, Onkel Mirek. Oh, wie haben wir die genannt, Alter, irgendwas mit Göttin. Ne, 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 nicht Puerto Rico, das ist andere, boah, Puerto Rico war auch wild. Puerto Rico war wild, andere, wir nennen hier keinen Namen, wir halten uns bedeckt, Onkel Mirek. Wir halten uns bedeckt, nicht Puerto Rico, die andere, irgendwas mit Göttin, du weißt. Ich glaube, sie war Griechen. Aha. Weißt du noch, Brudi? Du weißt ganz genau, Fittix-Langerfeld-Zeiten? Oh. Können wir so ein bisschen Benchpress, ein bisschen Punk-Tricken machen, oder? Okay, ja. Also bist du relativ offen für sowas, ja? Ja. Okay, cool. Okay, Onkel Mirek weiß direkt Bescheid, elf von zehn, Bruder, du weißt. Dann viel Spaß beim Training, schönes Wochenende. Schreib mal bitte bei WhatsApp, ob du weißt, wen ich meine, bitte schreib bei WhatsApp, bitte. Ja, naja, ciao. Heute ist schon einige Jahre her. Okay, das war... 2,17 müsste es gewesen sein. Das war ziemlich interessant. Ich würde sagen, damit beenden wir diese Fragerunde, denn, ja, sie war auf jeden Fall sehr cool drauf, war ein flippiges Mädchen. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt auf Abonnieren, drückt auf Liken, schreibt einen Kommentar, was wir als nächstes mal fragen sollten. Und ansonsten, ihr wisst Bescheid, Instagram und Co. könnt ihr mich auch gerne mal verfolgen, denn da werdet ihr dann auf jeden Fall mehr Privates von mir sehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ja, geile Idee, aber irgendwie waren die Damen nicht so gesprächig hier, beziehungsweise wurden irgendwie nie angebaggert. Es kam keine geile Story zustande leider, ne? Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde, und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo da bei dem Kanal, kommentiert wie immer fleißig. Und falls ihr mich supporten wollt, findet ihr wie immer die besten Supplements auf pawstage-germany.de mit meinem Rabattcode. Sichert ihr euch den besten Rabatt, damit supportet ihr mich ordentlich und sichert euch feine Subs. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Adios.